also einige scheinen schon den zugang zu haben also beziehungsweise zumindest down zu loaden aber nicht alle einige meckern gerade rum auch leute die 2018 schon eod gekauft haben ja okay sei trotzdem nicht die ersten natürlich ich mag das natürlich auch nicht dass dann einige die zuerst gekauft haben aber irgendwo musste er anfangen wenn du das in wellen machen muss aus irgendeinem grund wegen des server oder was auch immer dann musst du ja irgendwie ausgrenzen da musst du sagen okay wer kommt zuerst und das dann rein theoretisch die leute als erstes genommen werden die es auch als erstes gekauft haben gerade die eod version ist ja nur meiner meinung nach logisch natürlich werden wahrscheinlich einige twitch streamer auch automatisch mit auf diesen dings kommen die reichweite haben weil man will ja natürlich auch viel werbung für dieses spiel haben gerade in den anfangsstadien so als ich als ich gerade in den tag auf chat also auf official discord geschrieben habe das weil einige immer gesagt ich habe 2019 geordert oder 2018 habe es noch nicht habe ich das geschrieben ich habe geordert zwölf 2015 und habe es verstehe das problem nicht erst mal antworten okay grandpa grandpa ich komme rein leute ja da startet was warum ist der bildschirm schwarz english except warum habe ich keinen ton music next so next wir nehmen jetzt einfach mal chris glaube das war aber der mit dieser etwas weinerlichen stimme da sind wir ready in the game presets welcher mercenary okay wir müssen das dann freischalten da sind hier die ganzen freischalte dinge und wir haben aktuell diese loadouts mit der stm aber eine packer halbautomatik und aber wenigstens kopfhörer gut freunde ist egal ich würde sagen wir machen einfach mal wir machen einfach mal shootout around robin tournament style match where each team plays against the other the two teams with the highest number of victory points meet in the final where the winner is determined teamfight teamfight five against five the objective is to eliminate the opposing team sooner than they kill you teamfight okay wir nehmen alle würde ich sagen next und wir matchen so wir nehmen hier den dud jekyll marauder ja wir nehmen den tut sort cqb ok marksman collection wir kriegen auch rizzi aber rating wir nehmen mal champion einfach erstmal ausprobieren gucken wie es ist okay es geht los vorne oh es ist laut wenn es für euch auch zu laut ist sagt bitte bescheid dann muss ich das gleich leiser machen es fällt nicht gut da Oh, wir haben Laser dran. Jeder Kommande verliert, kämpft! Die Zeit hat fast nicht nur Zeit, um die Zahne zu verändern. Die Zahne zu verbreiten, die Zahne zu verbreiten. Die Zahne zu verbreiten, die Zahne zu verbreiten. Ich spiele gegen Kalle, ja. Hallöchen, hi Vlado. Hi Krümel. 5, 4, 3, 2, 1. Kaube, 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 3, 2, 1. Schon wieder. Nice. Erstmal Batman gekillt. So, ich finde tatsächlich die Lautstärke ein bisschen laut, Alter. Ich mache das gleich leiser, Leute. 5, 4, 3, 2, 1. Kaube, 3, 2, 1. Kaube, 3, 2, 1. Kaube, 3, 2, 1. Vielen Dank für den Saburito, Vlado, für den Gifted Sub. Und GZ-Krümel zum Gifted Sub. Viel Spaß mit der besten Rüstung. Rennen wir mal rechts rum, oder was? Keiner kommt mit rechts, okay? GZ-Krümel zum Beispiel. GZ-Krümel zum Beispiel. Fuck, was war das denn? Mal sehen, wie es bei ihm ausgesehen hat. Durch die, durch die Wand vom Heli. So, äh, Settings, Sound, ich weiß gar nicht, muss ich das leiser machen? Ne, ist schon. So, sag mal bitte, ob die Lautstärke jetzt besser ist. Hi, Niki. Das, was Tobi gesagt hat. Danke. Ich hoffe, dass ihr alle bald wiederkommt. Ich glaube, die Wände nicht zu lange dauern. Hi, Empeto. Elas, herzlich willkommen. Defeat. Kalle, die Sau. Lautstärke passt jetzt. Super. Wir haben Seiten gewechselt. Schweren. Die, 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 die! Steig! Unterhaltung! Oh, okay. Alle an einem Punkt wieder gesehen. Jetzt sind wir wieder an unserer Seite. Okay. 1, 4, 3, 2, 1! Posh! 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 Maslena на красного! Пери конец! Was ist denn? Loll Kalle die Sau So wohin er denn oder mich jetzt durch Zufall der hoch rennen sehen Ach, scheiße Victory Lecker anknuspern So, schönes Ding für die erste Runde Wir haben auch unser Loadout wieder raus, Experience Alles schick, Level up, Level 2 Nice Level 3 Ich will zum Mainmenü Weg 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 Ich will Exit Ah, okay So Er ist richtig dabei Weg Weg Los Weg Ah, jetzt sind ja diese Shops You remember ich über extender jetzt einfach mal Oben. Boah alter. Hast du ihn? Nein. Ich hab keine Ahnung wo. Ich glaube er ist runter gesprungen. Ich komme gleich, ich bleib in Deckung. Der war hier doch oder? Ja er ist hier irgendwo. Wo ist er? Weiß ich nicht. Hallo? Du bist hier am Husten ne? Ja ja. Hab ich mich verjagt. Junge das habe ich mir gerade erschrocken. Opress. Ist der bei den Gegnern? Der hängt im Shop drin. Ich hab gecaptured. Hättest du das hier machen können bevor ich gestorben bin? Junge da habe ich mich erschrocken. Mit dem habe ich da gar nicht gerechnet. Ja der war jetzt am Ende aber auch nicht mehr. Es waren noch zwei. Naja. Oh als der eine Dude von mir nicht umgefallen ist. Das haben wir ja nicht verstanden. Jetzt. Äh ich gehe rechts rum. Oh falsch. Oh. Boah. 4, 3, 2, 1. Ich will dich jetzt weg. Auf geht's. Ja. Gegenüber ist er im Shop. Oh. Auf geht's. Wie geht's. Mit einem Nate. Alter. Er hat auf mich geschossen, Alter. Er hat auf mich geschossen, Alter. Was brauchen wir? Boot. Das ist einer von uns. Das ist halb links, war das. Warum habe ich denn da jetzt ein blaues Armband gesehen? Weil es rot war. Ja. Alter, gut gemacht. Ich Junge, ich Junge, ich Junge. Das ist anstrengend. Der will mit dir reden, du hast Vibe aus. Ja, kann ich, ich habe Vibe aus, aber habe ich immer noch nicht angestellt. Sehr gefährlich, best name ever. Du hast dir Licht angemacht heute, ja. Aus habe ich es gemacht. Nein. 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 Die kam von der Mitte. Rad aus durch. Mhm. Ja. 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 Es ist aufgh bankegerpopomat. Blau. Da rennt grad das Flugzeug runter. Wir müssen rot killen Ach oh Stimmt Hä? Wo, wo, wo? Das da ist rot glaube ich Jo Martin, sehr schön Ich hoffe ich kriege einen Assist zu die Flash Die war super Ne, ich habe keinen Assist gekriegt Mann Wie viel stand es, Teams? 3-0 Für uns Sie reden alle Deutsch Ja, ich muss das gleich mal anmachen Komit Mein Backup ist besser als kein Backup Na, da bin ich mir gar nicht so sicher Halt die Klappe Hast ihn? Ne Er hat mich Immer noch an derselben Position Oder die Nate war es Ja, die Nate war es Schön gemacht Du zielst Geh sonst mal ein Aim rein Chill, 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 chill Links Oh One tap Ja, ich war fast Ich war hier schon fast tot Ja, ich habe gesehen Aber trotzdem Die anderen beiden waren gut Auch wenn der eine dir Mehr oder weniger Dein Leben geschenkt hat Als er da vorgelaufen ist Vor die Flinte Oh, wir haben eine SVD Hat uns aber auch nichts gebracht Nee, leider nicht Nee, leider nicht Ah, die Nate hat mich gekillt Ich habe gar nicht gehört Dass er einiges float hat Ich habe hier Ich habe hier Ich habe hier Ja, er geht um ins, 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 äh, Dingsbums, ins Flugzeug ist er gegangen Ja, ist um Wo ist der hin? Der ist jetzt voll Oben Der hat dich angeschossen, ja, ne? Ja Muss mich heilen, ah, fuck Heavybleed, zweimal Und ein Splint und so, ach, alles Ja, den im Flugzeug hab ich Der schießt hierher, kannst du den mal ablenken? Wo, 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 vom Flugzeug aus, schräg, glaub ich Heavybleed, versuch das noch kurz zu verarzen Ich seh ihn nicht, keine Ahnung wo Ja, ich hab bloß die Schüsse gesehen Nein Ja, GG BAM 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 5 4 3 2 1 3 2 3 1 Nichts! Ach! Ey Güte, du bleibst da stehen! Vor allem, ich hab nen Teamkill gemacht, weil er in mich reingelaufen ist, während ich nach rechts geschossen hab. Meinst mich? Hast du, glaub ich, erschossen. Schmelko hab ich, glaub ich, gekillt. Also, irgendwer hat mich gekillt. Ja, irgendwer wird dich gekillt haben, ja. Naja, ich bin ja an dir vorbeigelaufen. Ich glaub, du hast mich nur angeschossen. Weil, vor uns waren die Gegenden, die, ja ich musste rennen, die Nades kamen ja weiter und du bleibst da auf einmal stehen. Ich hab, kann ich, sag... Bei dem Holzding war das da, ja. Ganz links an der Außenwand. Ist ja auch kackegal, auf jeden Fall kam ne Nate in meine Richtung und ich wollte, ich wusste nicht wo die liegen bleibt, also bin ich... gerannt. Wir versuchen jetzt die Flags zu nehmen. Ja. Irgendwie schießt meine Waffe auch höher als mein Red Dot, hab ich so's Gefühl. Hm. Ich hab nicht gesehen, wo der war, also... Ist das jetzt die Killcamp, ne? Ne, ne, das ist die finale Camp. Ist schön. Oh, war leer! Oh! Nice gewonnen, reicht. Jetzt bin ich letzter. Ich war eben die ganze Zeit gut dabei und jetzt letzte Runde verkackt letzter. Level Up. Ne, jetzt bin ich doch nicht letzter. Siehste. Wollte mal sagen. Tobi war viel schlechter als ich. Ja, Aua. Ihm los. Ich geh links lang. Wir sind wieder blau. Blau. Blau sind wir blau, blau, blau. Oh, so blau. Oh, zu viele hier. Oh, zu viele hier. Ich hab keine Anwärmung. Oh, zu viele, du dazu mehr. Klar, doch, ja. Auf den Wagen. Ich habe eine. Ist er bei dir, oder hast du keinen... Einen hab ich. Also müsste ja. Krümel musste mir mal den letzten Teil von The Dark Pictures anzocken. Ja, vielleicht liest Krümel ja mit. Macht sie bestimmt, wenn sie im Urlaub richtig angekommen ist. Ja, ich bin ziemlich fragt. Ich bin am Capturen. Ja, okay. Dann warte ich. Okay. Musste jetzt so Wreck wie ich bin nicht noch in die Ecke gehangen. Da war er. Er hat die ganze Zeit da rumgehangen. Er hatte nur eine Pistole, die hätte ich auch pushen können. Aber das weiß man vorher nicht. Aber ich wusste, dass ein paar versuchen, um die andere Seite zu kommen. Du musst halt irgendwie beide Seiten abdecken. Ja, und wieder rennen alle links, Leute. Ich hab zwei. Was sind die? Base oder was? Beide sind tot. Hab auch einen. Hab noch einen. Tja, GG. Ja, zwei gekriegt, Junge. Nice Dicer. Das läuft doch. Fertig. Ich hoffe, dass ihr hier seid. Das ist ein neues Rumpel. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Okay, mal le... Nein, nein. Ja, sehr gut. Genau. Letzter. Auf jeden Fall. Der Welle hat aber gerade angefangen, ja. Hat mal drei Kills gemacht, der Boy. Nice. 5, 4, 3, 2, 1. Hat er ihn? Der Kansas City schief hat immer das Pech, dass er gegen uns spielt. Was sucht der laufen kann? Alle schön ihre Flashbangs. No. Okay. Okay. Ach, ich habe noch sein rotes Armband gesehen. War das derselbe? Der Schottgart-Boy? Ne, der saß nicht mitten in der Möp, der saß außen. Er hat auf jeden Fall gewesen, die besseren Blicke auf mich als ich auf ihn. Geh, geh, das war's. Trotzdem gewonnen? Jo, nice. Man muss doch mal sterben dürfen. I don't know. Tschüss. Die Belohnungen sind auch saftig, wenn man gewinnt. Ich habe noch keine Ahnung. Wennst du rechts lang nicht? Ich renne so halb links, glaube ich. Ich bin ganz links. Ich renne ganz links. Schließt da was auf dich? Ne, ganz entfernt da hinten. Bei mir ist ein Gegner. Oh, da war ein Gegner. Ja, auch tot. Ja, vielleicht sollten wir die Map, wenn wir mit dem SMG unterwegs sind, ausbrauen. Ja, ja, er hat auch nen Dings gehabt. Ja. Das macht keinen Sinn. Müssen wir halt wissen. Oder wir müssen halt krass reinpuschen, ne? Ja. Aber es nehmen noch zwei von uns, ne? Ja. Ah, der ist schon wieder da oben, der Arsch. Ja, ja. Siehst du den nicht? Jo. Bisschen weiter nach links. Ja, gut. Ich habe meinen auch nicht gesehen. Am Anfang. Da vorne. Ne, er hat ihn nicht gesehen. Rechts. Ist das deren letzter? Wahrscheinlich, ne? Ich sehe die Anzeigen nicht. Ja. Nicht selbe Seite wieder pieken. Äh. Hat ihn jetzt gesehen. Alter, der hat den Schwein. Hä? Da war noch einer. Doch, echt? Heftig. Ja, links von ihm. Oh, der war noch zu dritt. Oh. Oh. Shit. Überleg grad, was der bessere Weg ist für uns. Auf jeden Fall mach ich nicht die Lampe an. Dadurch können die uns viel zu gut, gut locaten auf die Entfernung. Ja, ich hab's ja auch raus. Versuch ich mal links runter. Links bin ich grad gelaufen. Da kommt dann eine riesen... Achso, eine andere, andersrum. Was hat die, die Leute nicht runtergelaufen wird? Oh. 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 Lauren Ich bin ein Schwer, ich bin ein Schwer. links in der ecke ich hab da nur das rote ding gesehen die waren eh noch zu dritt, wie sollen wir das schaffen? zwei bleiben irgendwo hängen und die die wahrscheinlich die anderen waffen haben gehen da ran rechts rum? ja, kommen wir auch links gehts ab wir haben eine Rote wir sind um so lange, die die Jungen haben wir haben und es muss Da schießt einer auf mich. Was? Ne, zu stressig die Map, auf keinen Fall. Oh Gott. Da ist gleich einer ans Feuer gegangen. Jetzt sind wir wieder. Oh pass, da kann zur gleichen Zeit bei dem BMT da vorne sein. Ja. Da ist schon einer gelaufen. Gesehen gerade. Ich aber. Einen habe ich. Binst du bei mir? Ich bin links von dir, ja. Der M700 Typ kann hier in die Nähe schießen. Ja. Da vorne. Habe ein. Ist noch einer, oder? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Links. Links mit der Pippisch ist irgendwo einer. Ja, der ist unten irgendwo. Hast du ihn? Nee. Nein. Fuck. Yes. Hast du ihn? Haben wir gewonnen? Jo. Und one. Also hier oben rum, sag ich mal, ist gar nicht mal so verkehrt. Wenn man weiß, dass man nicht über die offenen Stellen läuft. Was geht denn? Das war nicht falsch, glaube ich. Nee, du bist hinter mir. Alles gut. Ja. Hier kommen sie meistens gleich lang gelaufen. Ich push nochmal eins vor. Hinter dir. Hier ist bis jetzt keiner. Doch hier oben, glaube ich. Ja, hier oben ist er. Links, links, links. Beim BMT. Genau, BMP vorne und heile. Ja. Hier vorne am Stein ist noch einer. Stein. Blau? Nee, rot. Naja. Der ist hier unter mir. Naja, wir sehen. Der ist im Haus drin. Ja. Ist tot, glaube ich. Das ist der komische. Ja. Ja, ein gegen... Hinter uns schießt eine M700. Hier sind grüne Dinger. Boah. Das ist zum Capturen. Die grüne Flare ist zum Capturen. Das ist blau. Jawoll. Hab gecaptured. Nice. Sehr gut gemacht. Sieht, tschieci. Bamm bam bam bam. Höhe. Ich bleib einfach immer oben Da ist er Hinter Van Ist er tot? Ne Ab ihn Ich muss mich hinlegen Leg dich hin, ich bin da Au, au Du schießt von unten Ich hab noch ein Eyefack, was ich dir gleich hinschmeißen kann Aber ich weiß nicht, ne die Punkte reichen nicht aus Das reicht nicht, ich muss gegen heilen einfach nur Teltet ist tot Hä? Ach egal Shit, man Wollte erst noch Eddie essen, aber das war... Hätte auch nichts mehr geändert, glaub ich Du hast nicht geschossen auf den irgendwie, du hast ihn gesehen Ja? Okay Oder? Also ich hab nur deinen Screen gesehen Also ich hab auf ihn geschossen, definitiv Ich hab auf ihn geschossen, definitiv Ja? 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 Ich hab ihn nicht gesehen Ich hab ihn nicht gesehen Dass der mich gesehen hat, oder? Die scheiß M Oh, sehr schön erschossen Oh, sehr schön erschossen Er kämpft da unten Oh, da schießt du Es ist geil, ist das unten Oh, da ist noch einer, oh Gott Nein, wie gingen die denn alle am Kopf vorbei? Ich hab den Scheiß sogar gesehen Ja Boah, bei ihm im Killcam auch, du siehst sie rechts und links in seinem Kopf vorbeigehen Äh Er hat gerade einen von uns übersehen Er geht auch ganz entspannt Okay Letzte Er ist der letzte blaue Ja, mit der Kackwaffe ist aber auch Ja, aber Er kommt nicht rechtzeitig genug Yes Nee Wir sind blau, scheiße Ja, natürlich sind wir blau Wir können ja nur den eigenen Zug gucken Naja, ich war grad so komplett woanders Durch Ja Ich war noch beim 2v2, wo wir allen zugucken konnten, weißt du Keine Ahnung was er gesagt hat Hm Aber da hinten ist gleich wieder der Sniper Dude, sag ich dir wie es ist Ja, weswegen Ich bin Ja, ich bin Ich bin Ich bin Du blinkst von uns und guck Ja Du blinkst von uns und guck Ja Ach Ja, connecting Ja, connecting Warum kann ich ihn nicht sehen Ja, das ist normal, weil die Runde vorbei ist Achso Er ist gestorben? Ja, ja Ich hab gedacht, er hat doch gelebt, er hat grad noch nachgeladen Ja, aber dann fängt das Spiel nicht noch mehr an Achso, okay Vielleicht hat's einfach nicht gereicht in der Zeit Minus 70.000 Ja gut, okay Weil wir unseren Loot verloren haben, wenn du so willst Ja, trotzdem war ich der Beste Was los mit euch Echt 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 Wir sind blau Hm, wieder red Schön auf die Rücken ballern 4 3 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 5 6 5 Oben drin Ah Hinter uns Meine Güte Bei den Bei den Gassilos Hab ich mich erschrocken Oh Diese Sound Da Ja, sehr gut Das ist ja irgendwie hinter dir, Alter Sitzt er da an der Schre... Nein! Schade! Ich hacke deinen Vater Macht er das wirklich? Umarmst du meinen Vater? Ich will catchen Ach Mensch, muss auch geben Dann müssen wir das halt Carrying hier, was los Ähhhhhhh Links raus Ja, dass ich die zwei dann nicht weggekriegt habe, ich hätte einen weggekriegt, ich habe aber aufgehört zu schießen, sonst hätte ich den zweiten, der direkt hinter ihm stand auch noch gekriegt Ja, aber hier Ah, da war eine M14, wir haben eine M14 irgendwo Oh 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 Das ist gut. Das ich mir nicht angewöhne, die Hotkeys zu drücken, aber die neuen ist halt so weit weg gefühlt. Du kannst die ja selber neu machen. Muss man die nicht jedes Mal neu machen denn? Nein. Achso. Bei mir ist das jetzt relativ ähnlich zumindest. Also alle Heavy-Blitzstopper bleiben dann auf dem Heavy-Blitzstopper-Button. Okay. Ich glaube hier ist hinten jemand, von Rot. Ja, ja, ruhig, 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 ruhig! Oh, die sind alle hier bei der Rampe, mein! Puh! Weißt du welche Rampe ich meine, ne? Nein. Die? Also ja, weiß ich, aber da komm ich grad nicht hin. Okay, okay. Oh, nein, nein! Puh! Alter, du hast dich aber auch feiern lassen gerade. Meine Güte. Ich dachte erst du schießt mal Absicht daneben. Ja, gut, er kam so dicht vor dir raus. Da jetzt noch in dem Moment zu blicken, also ich glaube jede Sekunde wäre auch fast dein Tod gewesen, wenn es ein Gegner gewesen wäre. Hast du was gesagt? Ja, ja, sorry for the Teamkiller hab ich gesagt. Okay. Okay. Er rennt direkt in einen rein. Die rennen schon wieder außen rum. Die rennen wieder zurück. Das war rot. Schade. Okay. Ich bin gestorben und hab nicht gesehen, wer mich gekillt hat. Okay. Hm. Vielleicht gestolpert? Ne, ich hab ja in der Killcam gesehen, was passiert ist, aber es stand halt kein Name da. Wie er guckt, als ob was Gebrauchbares dabei ist. Was schmeißt ihr da weg? Zeig mal her. Nicht einfach im Müll. Ich höre die M14. Hm. Oh Gott, da sind doch zwei. Und hab sie. Nice. Wo ist er denn? Oben? Ich bin der Letzte? Es leben noch zwei von uns. Hä? Wir haben alle gelebt. Ne. Außer Scarab. Halt du grad gesagt, dass du bist der Letzte? Ne. Der Gegner, der da liegt. Achso. Der Gegner, der da liegt, war der Letzte. Okay. Alles in seine, in seine Weste reingedrückt noch. Hätte nur ein bisschen hochziehen, aber das wäre zu einfach gewesen. Ab ein. Ab ein. Der M1-Typ sitzt gerne irgendwo oben drauf. Ja. Also keine Schwagerung. Es ist immer noch auf dasselbe. Dann das in die Chiliter sind. Das Pfarrliche. Nein. Lass uns schief. Und wenn wir weitergehen. Es ist wieder so. Entafhörbar Union. Es ist noch nicht. Es ist noch nicht. Drei, zwei. Einen noch. Einfach mit dem Nate geteamt. Drei. Wir sind jetzt in den Aufrufen. Das ist die Ingenheit. Sie hat direkt auf die Herst. Einer von uns. Boden. Okay, wer hat nämlich recht. Gut gemacht. Schon wieder gewonnen. Nice victory scheißen. Da ist schon wieder, ah, I hug your dad. Jetzt darfst du ihn huggen, damit du auch was zu weinen, mein Freund. Wie bitte? Nicht du, der Hug your dad heißt der eine Gegner da. Ach so, ja. Ja, vielen lieben Dank an Scarab, RTO Crew und an Cordobita. Vielen lieben Dank, dass ihr mitgemacht habt. Jarr hat natürlich auch, aber das brauche ich nicht zu sagen. Vielen lieben Dank. Tschüss. So. 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 So.